provokation ich sag's euch alles hier provokation ob es mir glauben wollte oder nicht das ganze spiel ist nur rein ne provokation im auf im 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 Was habe ich mir denn hier ausgesucht? Bin ich einfach zu alt für den Kack oder warum kann ich das nicht? Nur warum konnte ich denn hier Returns und so spielen? Oh. Hallo, komm her, Banane. Die gönne ich mir. Da war die ganze Zeit ein Fass? Wie geil. Wer verarscht mich hier nicht so schnell mehr? Oh. 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 Hey, den kann ich ja mitnehmen wieder. Und wieder ist er weg. Hey. Ich sehe nix. Oh. Oder nicht? Okay. Das war die falsch. wieso war das doofheit wenn die hitbox da falsch war ich hab da olexa kein bock mehr wenn es weitergeht Es wird nix mehr hier Ich glaube ich bin jetzt auch raus Das war's Hätte ich mal das K mit eingesammelt Oh Gott Hä was war das denn Ja geil Oh okay Oh 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 ok noch mal kurz den coin clear an ok rino land was bananen abfallen ok meine ohren kaputt auch geil alter miese peter minecart level mal gucken wie das hier ist das erste fand ich ja ganz cool also im prinzipiell mag ich total die minecart level nur nicht ich weiß nicht wie ich die hier so mag moment hier springt aus dem kart raus hat das nicht letztes mal dass das müssen anders lief ok mich irritiert das voll dass ich nie weiß muss ich jetzt mich selber bewegen oder geht das auch so wo kommen denn die ganzen bots jetzt immer her hey ich kann den noch nicht mal löschen so direkt die personen blockieren nicht nur den kommentar aber trotzdem danke in letzter zeit sind das wieder echt viele warum auch immer woher kennst du ganz genau um den weihnachtswunsch jedem hier in stream bahas dass ich so gern eine waffel möchte nutella obendrauf das fände ich recht kein stream ist dir je zu lang ob nah ob fern unterhältst du jeden gern jetzt zur streamingzeit bahas ich hab dir einen langen brief geschrieben dass mich alle im chat lieben und ich weiß du liebst auch mich bahas ich weiß es ist soweit schon bald das kinderlachen laut erscheint da fehlt doch noch der rest wirst du dieses bars wir liebe dich das hat noch gefehlt dann wäre ich glücklich dann wäre ich glücklich gewesen aber danke schön was wir lieben dich das klingt schon besser dankeschön ha 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 stück mal dein geheimnis stück mal dein geheimnis stück mal dein geheimnis stück mal dein geheimnis und mittler und jetzt das nacht dass die aber die 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 der Mich da fehlt noch der Reis zu mir, darf man nicht tippen, ah ok, oah, irgendwas richtig beschüsste in der Nase, ah die Musik, ey, was, ich seh nix. Ok. Danke, danke. Das Level mag ich auch nicht. Oh, ist mein Ohr rausgeflutscht. Oh, süß und kugelrund. Du kannst es mal probieren. Ich sage, es ist gesund und es kostet nur einen Groschen. Ein Groschen? Genau. Also kaufe es und schenke es deiner Frau. Wer bärt? Jetzt sind wir doch die beste Stelle. Nein! Nein! Ah. Ah. Nein! Oh. Ah. 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 So. So. Hätte ich das nicht gewusst mit den Plattformen, durch verschiedene mediale Sachen, dann wäre ich im Arsch gewesen und wie ich im Arsch gewesen wäre. Ja, Alter! Boah, ich kriege gerade so Kopfschmerz von dem Level, ne? Ah, ich habe das N nicht gekriegt. So, raus da. Ist hier keine Speichermöglichkeit, dann bin ich einfach doof. Egal. Wir machen unsere Speichermöglichkeit selber. Ja, in der Mitte ist das gerade flott. So, pass auf, wer ist es? Ich glaube, das ist einfach nur ein Boss-Wasch, ne? Also, würde ich jetzt mal so schreiben. Das war's? Okay, die war weiter links. Ah! Shimp Caverns. Es ist doch nicht das letzte Welt gewesen. Nein! Ah! Die Minen! Eine Mide! Eine Mide! Tanked up trouble? Oder was war das? Wooppa! Oh nein! Fool? Oh, wir müssen fool sammeln. Das ist, äh, kacke. Aber die Idee finde ich geil. Ich mag die Idee, die ist interessant. Wie Donkey fast gar nicht mitgekommen ist. Wie füllen wir denn das Fool da überhaupt rein? Das ist eine interessante Frage. Ich mag das Spiel immer weniger. Ich mag es immer weniger. Wieso spielen wir den Kaki überhaupt? Ich weiß es nicht. Gesundheit. Ich sag euch, dann spüren wir jetzt die Taki Returns und ich reg mich richtig über Returns auf. Ich sag's euch. Einfach aus dem Gefühl. Spür's. Und wie. Und wie. Ich frage mich, was passiert, wenn das Fool aus ist. Ich bin nix Gutes, sag's euch. Ich schieb hier so viel rum, wie ich will. Das Spiel ist meine Entscheidung, was ich schiebe und wen ich schiebe. Wenn ich sag, das Spiel ist schuld, dann ist das Spiel schuld. Ein K. Ein O. Es wird nicht besser. Es wird nie besser. Ah, ich schiebe so ein Bein. Das ist das Spiel. Das Spiel ist das Spiel. Das Spiel ist das Spiel. Das Geräusch steht irgendwie wie so ein Zaubertrank aus den Game Boy Harry Potter spielen. It's summer. Um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020